Und ich habe gesagt, Kind, also ey, Kind, was ist denn mit dir los? Gott ist doch kein nachtragender Gott. Und für sie war das so verändernd, diese Perspektive zu sehen, dass Gott eigentlich, sie hat noch nie das gehört, dass Gott eigentlich kein nachtragender Gott ist. Sie kannte Gott tatsächlich nur mit dem Zeigefinger nach oben, strafend, du machst das falsch und mit Blick nach oben und du machst das falsch und das falsch und das falsch. Erinnert mich an den Anfang unserer Ehe, als du gesagt hast, du hast mir erst nach einem Jahr Ehe überhaupt weinen singen. War ein Jahr oder war das sogar noch später als ein Jahr? Nein, es war nur ein Jahr. Aber ich weiß nicht, dass das für die da immer so huah, aber... Meine Frau kann weinen, sie ist ein Mensch. Grüß Gott, nur Herr Reinbolziert. Ich bin Joachim Reinbolz, das ist meine bezaubernde Ehefrau, Madeleine Reinbolz. Gemeinsam begrüßen wir euch zu unserem Podcast, nur Herr Reinbolziert. Yes. Und zu unserer heutigen Folge, die lautet I see you. Creepy. Ein bisschen creepy, es gibt ja gerade so eine Netflix-Serie. Das ist ein Film, glaube ich. Ein Film ist es. I see you. Es ist vielleicht nicht so zu empfehlen, das ist jetzt nicht so unser Genre, was wir eigentlich empfehlen würden. Das ist, glaube ich, ein Horror, ein Thriller, irgendwas. Nichts für schwache Nerven. Horror und Thriller, glaube ich, bei der sind auch. Genau. Und da geht es eigentlich so um einen, wie, was geht es denn? Es geht um einen Jungen, der irgendwie verschwunden ist und so ein Detective muss ihn halt finden und während er anfängt, irgendwie tiefer zu graben, kommen irgendwie mehr und mehr Fälle, wo auch Kinder verschwunden sind und dann hat er selber gerade Clinch in der Family, wie bei ihr seine Frau in den Zeitensprung gehabt hat und dann passieren ganz schräge Sachen. Hä, hast du den Film angeschaut, oder die Serie? Nein, ich habe mir das nur durchgeschaut, mir überlegt, wenn ich mir das anschaue. Eigentlich hört es dir voll spannend an, aber ist das ein Horror? Es ist Horror, schräg, schräg, Thriller. Ah, weil Horror schauen wir uns eigentlich gar nicht an. Das ist ja nicht so das Genre, das generell, was wir uns angucken. Ich kann ja nicht schlafen. Ich halte das echt nicht aus. Ist ja auch nicht so wild. Egal, um diesen Film geht es auch irgendwie nicht. Genau, heute geht es nicht darum eigentlich. Nein, nur eigentlich. Es geht eigentlich überhaupt nicht. Es geht eigentlich nicht, eigentlich nicht darum. Es geht tatsächlich nicht darum, dass I see you von wegen gruselig, sondern es geht eigentlich darum, dass wir oder dass ich glaube, dass Gott dich sieht. Und nicht so a la Big Brother is watching you. Alles, was du falsch machst, ist falsch, es wird geprüft und alles, was du tust, steht unter Beschuss oder wird gegen dich irgendwann mal verwendet werden. Sondern es geht darum, dass Gott dich tatsächlich sieht. In deiner Not und in deiner Freude. Und da fällt mir nämlich auch was ganz Lustiges ein. Ich habe mal mit einem Freund telefoniert. Also er saß im Auto und ich war zu Hause. Und dann quatschen wir so. Es ist ein guter Freund von mir. Und dann reden wir so. Und er war halt so ein bisschen euphorisch, weil er gerade irgendwo auf dem Weg war zu Arbeit oder irgendwas. Ich weiß nicht. Und er hat beim SWR gearbeitet. Und dann erzählt er mir, ja, und da hat er das und das so zu tun und hat er von so einer Band erzählt. Und dann sage ich, okay, cool, alles gerade. Bis später, wir treffen uns dann später. Dann habe ich halt gedacht, er legt auf. Und er hat gesagt, ich leg auf. Und dann war halt eben, ich bin nachher am Hörer dran und ich dachte, er will mir noch was sagen, weil dann fängt er auf einmal an. So, hä? Hat er jetzt nicht aufgelegt? Und ich habe das Handy dann, weil ich war selber, ich weiß nicht, ich glaube, ich war in der Küche und konnte nicht auflegen, weil ich irgendwas gekocht habe oder irgendwas, meine Hände waren schmutzig. Und das konnte ich nicht auflegen und er dachte eben, was ich aufgelegt habe. Und auf jeden Fall war ich dann eben so im Ruhmhantieren und ich höre halt, wie er anwängt zu singen und redet und singt und wird voll laut und voll euphorisch. Und ich dachte so, Simon, hörst du mich? Ich bin auch da. Und er hat es nicht gehört. Und er hat angefangen zu reden. Es war so witzig, es war so lustig. Er hat halt angefangen auch zu reden. So, hey, was willst du? Hat er die Stimme? Was willst du hier? Es war so geil. Es war so geil. Und es war so lustig. Und ich wusste halt, okay, eigentlich kann es vielmehr voll peinlich werden, weißt du? Und ich wollte dann diese Peinlichkeit erspannen. Das war ja eh schon peinlich genug. Und es war so witzig. Also, lieber Simon, ich habe es dir, glaube ich, nie erzählt, aber ich habe damals beim Gespräch nicht auflegen können und ich habe gehört, wie du singst und wie du redest und ich fand es so geil. Du hast sich ja Tränen gelacht. Oh, ich habe geheult und ich habe geschrien, Simon, ich bin noch da, ich höre dich, Simon. Und es war so geil. Auf jeden Fall habe ich es irgendwie aufgelegt, dass ich halt eben diese Peinlichkeit zu ersparen. Es war so lustig. Es war richtig witzig. Es klingt witzig. Es war wirklich witzig. Aber da hat er auch nicht gewusst. Und der arme Typ, der hat gar nicht gewusst, dass ich ihn höre. Und deswegen, ich wollte auch nicht so ein Arschfreund sein, der dann halt voll lang dran bleibt. Weil eigentlich wäre es halt schon lustig, aber ich wollte einfach die Peinlichkeit ihm auch ersparen und einfach genau ihm die Böse nicht geben. Und ich glaube halt, dass Gott ähnlich ist. Und ich glaube halt eben tatsächlich, dass Gott halt ähnlich mit uns geht. Ich glaube, er will uns nie was Schlechtes. Ich bin überzeugt, dass er uns nie was Schlechtes will und dass er uns nie auslacht oder uns verspottet bei egal, was wir machen, auch wenn wir Kacke bauen. Und dann halt ausspioniert so wie jemand, der unten beim Klo ähnlich spickt. Richtig. Gottes Kader, der unter dem Klo unter der Einigspekte stimmt. Und ich glaube halt, dass Gott wirklich so ist. Und so habe ich es ganz oft auch erlebt, dass Gott mich nicht, dass er mich sieht, aber dass er mich nicht auslacht von wegen, oh Gott, bist du dämlich. Sondern dass er halt schon auch lacht über mich. So ist es nicht. Wie Martin Luther hat, glaube ich, Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Ich glaube, Martin Luther war das. Ich glaube, er war das. Und es stimmt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Aber halt, er lacht dich nicht aus von wegen, wenn du mal hinfällst. Mein Humor ist es halt eben, wenn einer hinfällt, dann muss ich halt lachen. Meine Tochter ist auch so. Du musst das immer. Aber Gott ist nicht so. Und er ist ein Gott, der dich sieht und eben nicht, weil er dich... Aber ich glaube, dass viele Leute dieses Bild von Gott haben. Gott ist mehr so dieser Big Brother. Er ist der, der schaut, was du tust und dann... Mit dem erobernen Zeigefinger. Und vorher so, ja, du machst alles falsch und du bist ein schlechter Mensch. Ich weiß nicht warum, aber ganz oft, wenn ich mit Menschen rede, haben sie irgendwie dieses Bild von Gott, wo ich mir denke, voll schade eigentlich, weil er eigentlich... Also, weil er nicht so ist. Das ist eigentlich genau, was mir auch einfällt. Ich habe nämlich ein Gespräch gehabt vor langer Zeit mit einer Freundin und wir waren eben im Café und dann erzählt sie auf einmal, ja, und ich finde es halt voll krass und ja, weil Gott bestraft dich und es war halt so heftig. Dann hat sie erzählt so ein Erlebnis von ihrer Kindheit und das ist halt, weil Gott mich jetzt... Gott straft mich deswegen, was ich damals halt gemacht habe und er hat mich gesehen und er hat halt voll angefangen über Gott zu reden, dass er halt voll... Gott, ja, Gott straft vielleicht auch oder Gott lässt Strafen zu, aber ich glaube nicht, dass Gott derjenige ist, der dann halt dich... Der ist eingedrückt. Der ist eingedrückt, vor allem der nachhält, der, der, der... Wie heißt das? Nachtragend. Nachtragend. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass Gott... Gott, nee, ich weiß es, dass Gott kein nachtragender Gott ist. Gott ist gerecht und Gott ist ehrlich, aber er ist nicht nachtragend und ich fand es so entsetzlich, die er dann eben erzählt und dann habe ich sie gefragt, Alter, du redest gerade so, als würde Gott voll nachtragend sein. Glaubst du, dass Gott so nachtragend ist? Ja, er hat doch meine Sünden doch gesehen. Und ich habe gesagt, Kind, also Kind, was ist denn mit dir los? Gott ist doch kein nachtragender Gott. Und für sie war das so verändernd, diese Perspektive zu sehen, dass Gott eigentlich... Sie hat noch nie das gehört, dass Gott eigentlich kein nachtragender Gott ist. Sie kannte Gott tatsächlich nur mit dem Zeigefinger nach oben, strafend, du machst das falsch und mit Blick nach oben und du machst das falsch und das falsch und das falsch und das war für sie eine neue Perspektive und jetzt Jahre später, Jahre später ist ihre Beziehung, wenn ich sie so frage und so sehe, auch verändert mit Gott, positiv verändert. Sie ist nicht mehr so diejenige, die sagt, ja Gott bestraft mich und Gott ist nur auf meine Fehler aus und es ist eigentlich voll schön, weil ich eben überzeugt bin, dass Gott nicht so ist. Ja, und ich meine, das sehen wir auch, wenn wir in die Bibel schauen, ich komme hier an die eine Geschichte erinnern und die steht in 1. Mose 16. Bibel Queen, du weißt natürlich wieder, wo steht es. Im Vers 13 ist nämlich der Satz, wo die Haga hasst sie, wo sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht und im Endeffekt, also die Story so kurz dahinter ist, dass sie die Zweitfrau von Abram war und die Sarai ist damals nicht schwanger worden, also hat die Sarai gesagt, ja, schlaf mit deiner Magd und die ist dann schwanger worden und dann war sie so, ich bin besser, weil damals war das ja ganz wichtig, wenn du unfruchtbar bist, hast du halt quasi keinen Wert gehabt und Abram hat seine Frau nie so betrachtet und als dann die Haga schwanger worden ist, hat sie aber voll auf die Sarai hinunter geschaut und war so, ich bin besser und dann hat die Das heißt, die Sklave hat über ihre Herren drüber, also ja genau, sie hat sie missachtet oder ja, war halt dann so, ich bin besser und dann hat die Sarai gesagt, ja nein, so geht das nicht und hat sie halt fortgejagt und ich meine, irgendwie verstehe ich das ja auch, weil sie hat gewusst, was ihre Stellung ist, also die Sarai hat gewusst, sie kann keine Kinder kriegen und dann quasi erniedrigt sie sie und sagt, na gut, dann zeig halt jemand mit deiner Magd, mit deiner Sklavin da, ein Kind, damit du nachkommen hast und dann erhebt sie sie über sie. Also hat sie es fortgejagt und dann war sie in der Wüste und sie war schwanger, wo ich mir denke, pff, nur mehr heftiger, aber dann ist sie dort und ein Engel begegnet ihr und sagt, geh zurück, demütig dich unter ihrer Hand, also geh wieder zurück in dieses Haus, sei wieder deine Sklavin, weil ich bin, also Gott richtet dir aus, ich sehe dich, ich sehe dich in deiner Not und ich lasse dich jetzt nicht in der Wüste sterben, sondern du geh zurück und sie wird die wieder aufnehmen, war ich auch nicht sicher und dann geh zurück, sie wird wieder aufgenommen, sie kriegt dieses Kind, den Ismail und später wird dann doch die Sarah schwanger. Aber auf jeden Fall dieses Gott sieht es in ihrer Not, obwohl sie was falsch gemacht hat. Sie hat sie erhoben über ihre Herrin, sie hat auf sie hinabgesehen, sie hat sie verachtet und hat quasi nur die Konsequenz dann irgendwie auf sie gekriegt und dann sagt Gott, aber nein, geh zurück, ich lasse dich nicht sterben in der Wüste, weil ich sehe dich und die Hager sagt dann eben, du bist ein Gott, der mich sieht und dann wird so ein Brunnen gebaut, das ist ja typisch in der Bibel, es wird immer ein Brunnen gebaut, der lebendige Gott sieht mich. Die lebendige Brunnen, der lebendige Brunnen, Wasser des Lebens. Aber auf jeden Fall habe ich das irgendwie so gut gefunden, weil wenn du nur hörst, ja du bist ein Gott, der mich sieht, dann denkst du dir, ja voll schön, aber in dieser Situation war es viel krasser, weil sie was mit Absicht, also sie hat was falsch gemacht, sie war im Unrecht und trotzdem sagt Gott, ich sehe dich und das finde ich viel cooler, weil wie oft machen wir was falsch und rennen weg oder denken sie, ja toll, jetzt habe ich sie eh verschissen und Gott sagt trotzdem, ja, aber ich sehe dich und gehe zurück, ich lasse dich nicht in deiner Not alleine, sondern ich schaue, dass es dir trotzdem gut geht. Eigentlich ist es voll schön, ich finde die Geschichte echt gut, mir fällt gerade ein, was passiert ist jetzt gerade vor ein paar Tagen mit unserer Tochter, als wir einkaufen gegangen sind und sie ist vorgelaufen mit ihrer Schwester, also mit der Mittlerin und die laufen vor zur Straße und dann bleibt stehen. Und sie bleiben stehen und dann sagen wir nochmal, bleibt nochmal stehen und dann gehen sie aber einen Schritt auf die Straße. Ah, und wo das Auto kommen ist. Und war eben massig Platz, aber trotzdem. Und sie hat dann, ich habe ihr dann halt die Strafe gegeben und habe gesagt, komm zurück, du hältst dich jetzt am Kinderwagen fest und sie hat so geweint und dann hat sie auch gesagt, ja, ich fühle mich überhaupt, was hat sie gesagt, ich fühle mich nicht gesehen oder nicht geliebt oder irgendwas. Irgendwie so. Irgendwie so, ne? Und es war voll krass, dann habe ich sie halt an die Hand genommen oder wir beide sind halt stehen geblieben, haben mit ihr geredet und haben gesagt, hey, ist dir klar, dass du einen Fehler gemacht hast und wir lieben dich trotzdem, aber wir müssen dir zeigen, das war nicht richtig. Du hast nicht auf uns gehört, es hätte was Schlimmes passieren können und dann hat sie sich auch verstanden und ich glaube, dass das eigentlich ein gutes Bild auch von Gott wieder einmal mehr ist, dass Gott, auch wenn wir Fehler tun, uns sieht, er uns vielleicht mitteilt, aber auch sagt, ich sehe dich und ich liebe dich trotzdem. Eben wie bei der Haga, die hat, also wenn, ich bin jetzt nicht für Hausdiener oder irgendwas, aber trotzdem für Diener, aber wenn ich wüsste, mein Diener erhebt sich über mich und macht nicht mehr das, was ich ihm sage, das ist schon Kacke. Ja, dann feuerst ihn im Normand. Richtig, dann feuert man ihn normalerweise, genau. Und da halt auch zu wissen, dass Gott viel gnädiger ist und dich sieht in deiner Not, finde ich schon krass. Ja, voll. Und eben. Ist dir das, Entschuldigung, ich weiß nicht, was ich sagen muss, aber ist dir schon mal so eine Situation passiert oder wo du denkst, irgendwie? Also in dem Sinne wie mit der Haga nicht, aber ich habe oft erlebt, dass Gott mich sieht, persönlich. Erinnert mich an den Anfang unserer Ehe, als du gesagt hast, du hast mich erst nach einem Jahr eh überhaupt weinen gesehen. Ein Jahr oder war das sogar noch später als ein Jahr? Nein, es war noch ein Jahr. Aber ich weiß nicht, dass das für die damals so, huah, aber... Meine Frau kann weinen, es ist ein Mensch. Genau, aber Fakt ist ja trotzdem, dass ich trotzdem voll oft geweint habe, aber ich habe es halt niemandem gezeigt und ich war dann so oft voll einsam und voll alleine, einfach, weil das für mich so der komische Zwiespalt war. einerseits wollte ich, dass mich jemand sieht, weil ich wollte, dass mich jemand tröstet, aber gleichzeitig wollte ich mir nicht die Blöße geben, weil Tränen und für mich etwas ganz Kostbares sind und weil ich einfach zu oft erlebt habe, dass Leute mir einen scheiß Ratschlag geben oder genau das falsche sagen oder dass mir das halt nie geholfen hat und darum habe ich das immer mit mir selber ausgemacht, war aber dafür dann auch ziemlich oft alleine und was mir dann tatsächlich geholfen hat, war, dass ich in dieser Zeit wirklich erlebt habe, dass Gott mich sieht, weil ich habe dann, weil ich halt kein Mensch da war, habe ich mir oft meine Bibel gehört und habe gesagt, Gott, red zu mir und witzigerweise hat er jedes Mal mir dann irgendeine Bibelstelle gesagt oder eine Geschichte oder so, wo ich das Gefühl gehabt habe, er versteht mich und das war immer das Richtige, wo ich mir denke, schon ein komischer Zufall oder halt auch nicht, aber wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe einen Gott, der mich sieht in meiner Not und der mir begegnet ist und wo er quasi meine Tränen wegnommen hat, weil er genau das Richtige gesagt hat, wo genau der Vers dann da war, der Satz, wo ich mir dachte, bam, danke, wieso konnte mir das kein Mensch sagen, aber gleichzeitig bin ich voll froh darüber, weil ich gelernt habe, dass in dieser Not, dass ich trotzdem jemand habe und das ist Gott ist, der mich sieht. Ja. Das ist echt cool und ich finde es eigentlich voll ermutigend, weil ich glaube, das spricht Gott jedem ja auch zu, ich sehe dich in deiner Not und ich habe ja auch immer versucht, Und nicht nur in der Not, auch in deiner Freude, genau. Da war so ein Fokus, ja Gott, der in der Not zieht, aber halt auch nicht nur da. Ja, nicht nur da, also von wegen auch wieder, dass ich sehe dich, es fällt mir wieder so eine Geschichte ein. Ich will das ja herumheulen, was Feinliches war. Ich bin im Auto gesessen, bin im Auto selber auch gefahren und dann stand ich bei einer roten Ampel und neben mir saß, war ein anderer Typ zum Rechtsabliegen und der Typ, was hat er gemacht? Der hat Sticks, also Schlagzeugsticks rausgeholt, hat angefangen, voll wild auf dem, aufs Lenkrad einzuschlagen und zu singen und zu trommeln und ich gucke rüber und ich wusste halt voll lachen, ich grinste rüber und er sieht mich so, oh, und schmeißt du die Sticks nach hinten und hab die Teile nach hinten. Und ich dachte so, du armer Pupp, du kannst ruhig weiter spielen, mich stört es nicht. Nee, war das sicher voll peinlich. Er hat die Sticks nach hinten geschmissen. Weißt du, und dann dachte ich so, oh Gott, Alter, du hast doch gesehen, dass ich neben dir parke, dass ich neben dir bei der Ampel stehe. Aber es war so lustig und was mir jetzt auch wieder ein vergessen, mit dem ich mit einem Freund erzählt, er ist auf dem Weg, wir haben uns gestern Abend getroffen mit so ein paar Freunden und er ist auf dem Weg halt eben nochmal kurz zum Kiosk gegangen, weil er sich Zigaretten gekauft hat und ihm ist voll der herzensgute Typ, der Markus. So ein herzensguter Typ. Der ist so knuffig und der ist so ein lieber Typ. Und er war beim Kreisverkehr und er stand halt eben bei uns im Dorf, wo wir halt eben wohnen, gibt es ja diesen Kreisverkehr, weißt du, beim Kindergarten dort, wo man halt so reinläuft und wo halt die Leute ums Eck voll schnell rasen. Und er stand eben dort und hat extra gewartet, weil er hat nicht, dass ein Auto kommt und ihn überfährt. Was ja tatsächlich passieren kann bei dem Kreisverkehr. Was bestimmt auch schon passiert ist dort. Jedenfalls wartet er und er will über die Straße, kommt ein Auto voll heftig angerast und das Auto bleibt stehen und er, so gut wie es, sagt, Dankeschön, dass du stehen bleibst und er geht über die Straße und der Autofahrer sieht ihn, fährt runter, fängt an zu gestikulieren, voll wild zu werden und macht das Fenster auf, was willst du, aber so, und der Markus, was ist denn los? So voll lieb, wie er ist, was ist denn los mit dir? Und dann, ja, willst du bis jetzt auf Krawall aus? Und er hat gesagt, nein, wieso? Oh, ich habe doch Danke gesagt, dass du stehen geblieben bist. Und es war halt voll krass, der war eben auf dem Weg nach Hause und dieser Typ war irgendwie, obwohl er stehen geblieben ist im Auto, auf Krawall aus und der Markus eben nicht und dann hat sich im Kreisverkehr geklärt. so, oh, du bist eh so ein cooler Typ, ich würde mich mit dir nicht streiten, sagt der Markus dann zu ihm, ich würde mich mit dir auch nicht streiten, ich bin auch gar nicht auf Streit aus. Aber das finde ich halt wieder so cool irgendwie, dass du so denkst, hey, auch da bereitet dich Gott vor, wenn du, und er kennt Gott, er ist auch Christ und er ist so, eben so ein guter Typ und ich bin überzeugt und ich weiß, dass er Gott so in sich trägt, dass er volle Liebe ist. Und jetzt überleg mal, wenn er nicht Gott in sich tragen würde, dann würde er wahrscheinlich voll ausrasten und sagen, was willst du, hä? Ich hab mich doch bei dir bedankt, du Penner, da hätte er sich gestritten. Aber weil er weiß, und weißt du, was er dann auch noch gesagt hat, so, wer weiß, was für einen schlechten Tag der Typ hatte. Und das hat für mich so, zack, ja, stimmt. Wer weiß, was er gedacht hat, was der Markus eben macht, weil er hat gedacht, er zeigt dir einen Mittelfinger oder so. Aber der war wahrscheinlich so gereizt, dass er so einen schlechten Tag hat und der Markus hat es gesehen. Er hat gesehen, dass, er hat gesehen, irgendwas ist mit dem Typen brennt bei ihm falsch. Und er hat den voll abgeholt und runtergebracht. Und das können wir auch zur Challenge machen jetzt. Der Markus hat zum Beispiel richtig gemacht. Er hat, oder was denkst du, was hat der Markus richtig gemacht? Naja, ich denke mir, er hat jetzt so sein Leben gelebt, als würde Gott zuschauen, oder? Genau. So nach dem Motto, Gott sieht mich. Nicht so im Negativen, sondern halt Gott sieht, was ich mache. Und ich denke mir, er hat das halt wieder gespiegelt. Ganz natürlich wieder gespiegelt. Und das sollte eben, ich glaube, das wäre eine coole Challenge für uns. Das, was wir tun, dass wir mit dem Hinblick drauf schauen, oder mit dem Hinblick, das so machen, genau, dass Gott uns sieht, ob es gut ist oder schlecht ist. Und das ist eigentlich voll herausfordernd, aber ich glaube, das ist ein ziemlich guter Challenge für uns beide jetzt für die nächste Zeit. Ich glaube auch. Und für die, die zuhören oder zuschauen. Also, das war zur Challenge. Und noch einmal auch kurz, nochmal hinzugefügt, ich will es nochmal mit aller Dringlichkeit sagen, habe es eh schon zweimal gesagt, aber ich glaube echt, dass Gott uns in unserer Freude sieht, aber auch in unserem Leid. Und dass er ein Gott ist, der uns versteht. Das krasse ist, Gott versteht unser Leid, aber auch unsere Freude. Und das vergessen wir auch ganz oft, dass Gott eigentlich auch Mensch ist durch Jesus. Ja, das stimmt. Und dass er die Leiden der Welt auch mitgekriegt hat. Und die Freuden. Und die Freuden, genau. Wir legen den Fokus gerne auf die Freude, weil die Freude am Herrn ist meine Kraft. Oh, jetzt habe ich laut geschrieben. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das heißt auch in der Bibelstelle. Genau. Und jetzt zum Sack zumachen. Bet mal. Bet mal. Jetzt fangst du an. Jetzt letztes Mal. Oh, du bist ja noch, du bist so schriecheligst dafür oder was? Okay, dann fang ich an. Alles klar. Gott, ich danke dir echt dafür, dass du ein Gott bist, der mich sieht. Und ich danke dir dafür, dass du mich nicht verurteilst, wie das, was ich tue. Oder dass du mich richtest, dass du ein Gott bist, der mich liebt durch und durch. Und ich bete dafür, dass wir in der nächsten Zeit erleben, dass du für uns bist. Und dass du nicht ein Gott bist, der nur seinen Zeigefinger hebt oder nur seinen Blick hebt oder, ich weiß nicht, nur seinen Ton hebt und man sofort Angst haben muss, sondern dass du ein Gott bist, der uns sieht und uns liebt. Auch wenn wir Mist bauen, bist du da. Und ich bete dafür, dass wir es erkennen, dass du für uns bist und zu uns stehst. Genau, danke dafür, dass du ein Gott bist, eben, der sich nahen lässt. Und ich bete dafür, dass wir erleben, dass du in unser Leben reinkommst und dass das eine positive Veränderung bringt, wenn wir dich in unser Leben einladen und mit dem Hinblick auch wissen, okay, du bist da und egal, was ich tue, bist du da. Und wir sind nicht alleine. Danke dafür. Jesus, ich danke dir, dass du der gleiche Gott bist, damals, heute und in Zukunft. Ich danke dir, dass schon im Alten Testament, vor so vielen Jahren, dass die Haga erlebt hat, dass du sie siehst und ich danke dir, Jesus, dass du im Neuen Testament die Menschen gesehen hast und dass du sie beim Namen gerufen hast, dass du den Zacchaeus gesehen hast, der im Baum gesetzt ist und dass du auch heute uns siehst, da, wo wir sind, dass du siehst, wo wir die brauchen und wo wir es manchmal nicht mal checken, wo wir meinen, hey, es ist ja alles super und vielleicht ist es das wirklich. Aber ich danke dir, dass du einfach bereit bist, dass ab dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich brauche die in meinem Leben, dass du sagst, hey, ich bin da, ich bin sofort da und ich sehe dich, ich sehe dich in all deinen Lebenssituationen, ich freue mich mit dir mit, wenn dir was Megacooles passiert, ich weine mit dir, wenn was Trauriges passiert, wenn du Angst hast, bin ich da und tröste dich und wenn was Schlimmes passiert, dann fühle dich wieder zurück auf den Weg. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du einfach ein guter Gott bist und der das Beste von uns im Sinn hat. Und ich bete, dass dieses neue Jahr wirklich mit diesem Wissen irgendwie beginnen, dass du ein Gott bist, der mich sieht. Amen. Ich habe so ein Empfinden noch, so als würde Jesus dir das ganz klar auch zusprechen und sagen, hey, in diesem Jahr möchte ich dir neu begegnen als Gott, der dich sieht in deiner Freude, in deinem Leid. Und ich glaube, er will dir zusprechen und dir auch sagen, so hey, ich bin nicht nur der Gott, so wie du mich kennst, sondern ich habe noch mehr Facetten und in diesem Jahr möchte ich dir meine Facetten zeigen, wie ich bin. Ich bin nämlich nicht nur dieser Gott, sondern ich bin vielseitig. Cool. Und das empfinde ich, dass Gott dir das zuspricht, dass er dir Mut machen will, in diesem Jahr will er dir neu begegnen und dir noch mehr Facetten zeigen. Amen. Amen. Yes. Dann freuen wir uns schon, genau, freuen wir uns schon aufs nächste Mal, wenn du reinhörst oder reinschaust und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann. Bis bald. Bis bald. Tüdelü. Tschüssi.